Kapitel 21 Assyrien und Syrien in der Endzeit Kapitel 21.1 Syrien Im Zusammenhang mit dem seit Jahren andauernden Krieg in Syrien wurde und wird immer wieder die Bibel daraufhin untersucht, ob sie etwas über den Verlauf und den Ausgang dieses Konflikts aussagt, was aber zum Scheitern verurteilt ist, weil die Bibel für den gegenwärtigen Zeitlauf der neutestamentlichen Gemeinde keine Aussagen zu den Völkern dieser Welt macht. Verheißungen des gegenwärtigen Heilszeitraums der Gemeinde betreffen nicht die Völker, sondern jedes einzelne der Kinder Gottes. Jedes einzelne dieser Kinder Gottes, die an Jesus Christus glauben, hat Verheißungen und genießt den Schutz und die Führung seines himmlischen Vaters in Jesus Christus. Eine Prophetie für die Völker und deren Entwicklung hingegen kennt die Bibel für die Zeit zwischen dem Ende der 1.69 und dem Beginn der 70. Jahrwoche nicht. Die Prophetie über die Völker der Welt ist in dieser Phase unterbrochen. Eine Prophetie der Bibel zu den Völkern der Welt, insbesondere zu denen im Nahen Osten, beginnt mehr oder weniger erst wieder mit der 70. Jahrwoche. Für die Zukunft von Damaskus liegt natürlich die Bibelstelle aus Jesaja 17 nahe, die aber zunächst in den biblischen Zusammenhang zu stellen ist und die es inhaltlich und zeitlich einzuordnen gilt. Jesaja 17, Abvers 1 Dies ist die Last über Damaskus. Siehe, Damaskus wird keine Stadt mehr sein, sondern ein zerfallener Steinhaufe. Die Städte Aroer werden verlassen sein, dass Herden daselbst weiden, die niemand scheuche. Und es wird aus sein mit der Feste Ephraims. Und das Königreich zu Damaskus und das übrige Syrien wird sein wie die Herrlichkeit der Kinder Israel, spricht der Herr Zebaot. Zu der Zeit wird die Herrlichkeit Jakobs dünn sein und sein fetter Leib wird mager sein. Denn sie wird sein, als wenn einer Getreide einsammelte in der Ernte und als wenn einer mit seinem Arm die Ähren einerntete und als wenn einer Ähren lese im Tal Refaim und die Nachernte darin bliebe. Als wenn man einen Ölbaum schüttelte, dass zwei oder drei Beeren blieben oben in dem Wipfel. Oder als wenn vier oder fünf Früchte an den Zweigen hangen, spricht der Herr der Gott Israels. Zu der Zeit wird sich der Mensch halten zu dem, der ihn gemacht hat. Und seine Augen werden auf den Heiligen in Israel schauen und wird sich nicht halten zu den Altären, die seine Hände gemacht haben und nicht schauen auf das, was seine Finger gemacht haben, weder auf Aschera-Bilder noch Sonnensäulen. Auffällig ist, dass der Bibeltext sagt, dass Damaskus die Feste Ephraims ist. Die neue evangelistische Übersetzung übersetzt Aus ist's mit dem Bollwerk Ephraims, mit dem Damaskus-Königtum. Aber wie kann es sein, dass Damaskus die Feste oder das Bollwerk Ephraims ist? Was haben Ephraim und Damaskus miteinander zu tun? Die neue evangelistische Übersetzung kommentiert den Vers hier interessanterweise und meines Erachtens ganz richtig wie folgt. Das spielt auf die Allianz des Nordreichs Israel, also Ephraim, mit Syrien an. Genau das ist die historische Bedeutung des Verses. Damaskus war deswegen die Feste oder das Bollwerk Ephraims, weil Ephraim damals im Bund mit Damaskus war. Das galt für die Zeit des Königs Ahas im 8. Jahrhundert vor Christus und wird in der Endzeit wieder so sein. Aber heute sehen wir nicht, dass Israel geteilt wäre und der nördliche Teil, also Ephraim, im Bund mit Damaskus stünde. Deswegen ist diese Bibelstelle auch nicht für den gegenwärtigen Krieg in Syrien anzuwenden. Zumindest noch nicht. Diese Stelle kann also im Rahmen der herkömmlichen Auslegungsweise nicht wirklich erklärt werden. Aber mit der Kenntnis, dass in der Endzeit Nordisrael mit Damaskus im Bund ist und unter dessen Führung steht, ergibt die Stelle unerwartet Sinn. Jesaja 17 steht also in engem Zusammenhang mit dem, was wir bislang erarbeitet haben. Denn nur wenn Nordisrael, also Ephraim, und Damaskus im Bund miteinander sind und wenn Damaskus die führende politische Kraft der beiden Parteien geworden ist, wie wir das ja schon festgestellt haben, kann Damaskus die Feste oder das Bollwerk Ephraims sein. Kapitel 21.1.1 Der historische Bezug Es gab also diese Situation einer Verwüstung der Feste Ephraims schon einmal in der Geschichte. Im Jahr 733 vor Christus belagerten Syrien und Ephraim, das Nordreich Israels, gemeinsam Judah und Jerusalem, um dort einen ingenehmen Herrscher einzusetzen. Die Belagerung verlief aber erfolglos und beide Belagerer zogen wieder ab. Hier die Situation von Jesaja 7 im Jahr 733 vor Christus. Dann folgt im Buch eine Karte. Kapitel 21.2 Das Neo-Assyrische Reich Im Jahr 722 vor Christus, also elf Jahre nachdem Damaskus und Ephraim im Syro-Ephraimitischen Krieg erfolglos Jerusalem belagert hatten, drang Sanherib, der König von Assyrien, von Nordosten nach Süden vor und überrannte und eroberte neben weiteren Staaten auch Syrien und Nordisrael. Übrig blieben damals nach der Invasion Assyriens, wie in der Verheißung Jesajas im Kapitel 7 vorhergesagt, nur Jerusalem und Judah. Hier die geopolitische Situation nach der Invasion durch die Assyrer im Jahr 722 vor Christus. Dann folgt im Buch wieder eine Karte. In Jesaja 7 wurde die Verwüstung Nordisraels und Syriens vorhergesagt und diese politische Struktur trat elf Jahre später tatsächlich ein. In biblischer Hinsicht hat sich die Verheißung aus Jesaja 17 nahezu erfüllt. Aber es war nur eine Teilerfüllung, denn Syrien wurde damals zwar erobert und Damaskus besetzt, aber nicht vollständig zerstört, wie in Jesaja 17 vorhergesagt. Außerdem wurde der in Jesaja 7 angekündigte Immanuel damals nicht geboren. Da dieser Immanuel erst in der Endzeit geboren wird, nämlich bei der Wiedergeburt Jerusalems, so wie wir oben festgestellt haben, ist die endgültige Erfüllung dieser Prophetie Jesajas in die Endzeit zu verorten. Aber die Ereignisse in der Endzeit, insbesondere in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche, sind sehr komplex und in ihrem Ablauf sehr dynamisch. Um es vorwegzunehmen, am Ende der 70. Jahrwoche werden sich die Könige am Euphrat aufmachen und nach Süden vordringen, genauso wie das zur Zeit von Hiskia im Jahr 722 v. Chr. geschah. Denn während der Antichrist Ägypten, Libyen und Kusch erobert, werden die Könige vom Euphrat von Norden in das Reich des Antichristen einfallen, Damaskus zerstören und Nordisrael überrennen. Sie werden sich dann in der Ebene Jesrael aufstellen, um in der Schlacht von Hamageddon gegen den von Süden herannahenden Antichristen zu kämpfen. Diese politischen Entwicklungen zeichnet die Bibel für die Endzeit. Aber es ist eigentlich genau das, was die Bibel schon aus dem Jahr 722 v. Chr. überliefert und deshalb nichts Neues. Andererseits wird jetzt aber auch klar, warum Gott dem König Ahas durch Jesaja ausrichten lässt, dass er sich jegliches Zeichen wünschen kann, es sei drunten in der Hölle oder droben in der Höhe. Denn die damalige Zeit war für die göttliche Heilsgeschichte dermaßen wichtig und geradezu programmatisch, weil sie sich in der Endzeit wiederholen wird, dass Gott dem Ahas jedes Zeichen gegeben hätte, wenn er nur eines verlangt hätte. Denn genau die Struktur, die die Bibel uns in der damaligen Zeit skizziert, wird in der Endzeit wiederkommen. Dazu aber später mehr. In dieser letzten Phase, nämlich am Ende der 70. Jahrwoche, wird die oben genannte Bibelstelle aus Jesaja 17 Vers 1 erfüllt werden. Damaskus wird dann keine Stadt mehr sein, sondern ein zerfallener Steinhaufe. Und es wird aus sein mit der Feste Ephraims. Und das Königreich zu Damaskus und das übrige Syrien wird sein wie die Herrlichkeit der Kinder Israel, nämlich ärmlich und verheert. Zu der Zeit wird die Herrlichkeit Jakobs dünn sein und sein fetter Leib wird mager sein. Und in Jesaja 7 Vers 14 steht geschrieben, Darum so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Denn ehe der Knabe lernt Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen dir graut. In Jesaja 7 und 17 ist also die Rede davon, dass Ephraim und Syrien zu dem Zeitpunkt verödet werden, wenn der Knabe Immanuel in der Endzeit geboren wurde. Die Prophetie über den Immanuel, so haben wir oben festgestellt, sagt die Wiedergeburt Jerusalems voraus, denn der dort wiedergeborene Überrest ist Immanuel. Weil aber die Wiedergeburt Jerusalems erst in der Endzeit stattfindet, gilt auch Jesaja 7 erst für die Endzeit. Jesaja 7, Abvers 17 Aber der Herr wird über dich, über dein Volk und über deines Vaters Haus Tage kommen lassen, die nicht gekommen sind, seit der Zeit, da Ephraim von Judah geschieden ist, durch den König von Assyrien. Denn zu der Zeit wird der Herr zwischen der Fliege am Ende der Wasser in Ägypten und der Biene im Lande Assur, dass sie kommen und sich alle legen an die trockenen Bäche und in die Steinklüfte und in alle Hecken und in alle Büsche. Zu derselben Zeit wird der Herr das Haupt und die Haare an den Füßen abscheren und den Bart abnehmen durch ein gemietetes Schermesser, nämlich durch die, die jenseits des Stromes sind, durch den König von Assyrien. Zu derselben Zeit wird ein Mann eine junge Kuh und zwei Schafe ziehen und wird so viel zu melken haben, dass er Butter essen wird. Denn Butter und Honig wird essen, wer übrig im Lande bleiben wird. Diese Verse sagen, dass Truppen aus Ägypten und aus Assyrien ins Land Ephraim, also das Nordreich Israel, und Syrien einbrechen und viele töten werden, sodass das ganze Land entvölkert ist. Das ist im Jahr 722 v. tatsächlich so geschehen. Der Plan von Rezin und Pekach ging im Jahr 733 v. Christus im Syro-Ephraimitischen Krieg nicht auf. Stattdessen drängte Assyrien immer weiter nach Süden vor und eroberte im Jahr 722 v. Christus Syrien, Damaskus und Ephraim und verleibte sich diese ganze Gegend ein. Übrig blieben allein Judah und Jerusalem, genauso wie Jesaja das vorhergesagt hatte. Jesaja 7, Abvers 7 Denn also spricht der Herr, es soll nicht bestehen noch also gehen, sondern wie Damaskus das Haupt ist in Syrien, so soll Rezin das Haupt zu Damaskus sein. Und über 65 Jahre soll es mit Ephraim aus sein, dass sie nicht mehr ein Volk seien. Und wie Samaria das Haupt ist in Ephraim, so soll der Sohn Remaljas das Haupt zu Samaria sein. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Assyrien hat also tatsächlich Damaskus und Syrien und Ephraim erobert und verwüstet. Aber die Prophetie Jesajas fasst hier zwei historische Ereignisse zusammen, weil sie sich in der Endzeit wiederholen werden. Denn auch Ägypten wird erwähnt, das aber in der historischen Eroberung im Jahr 722 v. Christus fehlte. Warum? Weil das die erste Invasion Assyriens war. Damals wurde das Nordreich Israel erobert und deportiert. Aber es gab noch zwei weitere Invasionen. Elf Jahre später, im Jahr 711 v. Christus, besetzte Sanherib ganz Judah, sodass Jerusalem isoliert übrig blieb und im Jahr 701 v. Christus erhob sich Jerusalem erneut gegen Assyrien, jetzt unter Hiskia, mit der Hilfe Ägyptens. Auch dieses Detail werden wir in einem der kommenden Kapitel behandeln. Denn auch Ägypten nimmt in der Endzeit eine bislang ungeahnte Rolle ein. Um das zu verstehen, benötigen wir aber noch weitere Informationen aus der Bibel, die wir erst zusammentragen müssen. Wir werden Ägyptens Endzeitrolle noch detailliert behandeln und sie dann verstehen. Es sei nur so viel verraten, der letzte Kampf des Antichristen, des Königs des Nordens, Daniel 11, geschieht unter anderem gegen den König des Südens. Die zur Zeit der beiden Könige Ahas und seines Sohnes Hiskia vorhandenen geopolitischen Situationen stellen also eine Vorerfüllung der jeweils zugehörigen Prophetien Jesajas und anderer dar. Deren endgültige Erfüllung hingegen steht noch aus. Denn oben wurde bereits festgestellt, dass die Prophezeiungen von Jesaja 7 und 17 erst in der Endzeit vollständig in Erfüllung gehen können. Das gilt für Damaskus, Syrien und Ephraim, aber auch für Ägypten und Assyrien. Ganz offensichtlich haben auch Ägypten und Assyrien noch eine Rolle in der Endzeit, was nach meiner Kenntnis von den gängigen Auslegungen bislang nicht berücksichtigt wurde, weshalb sie zu falschen Ergebnissen kommen. Kapitel 21.2.1 Syrien und Assyrien in Jesaja 8 Jesaja 8 berichtet erneut vom Immanuel. Dadurch können wir eine zeitliche Einordnung vornehmen. Das, wovon Jesaja 8 schreibt, betrifft die Endzeit, die 70. Jahrwoche. Jesaja 8 ab Vers 5 Und der Herr redete weiter mit mir und sprach, Weil dieses Volk, Ephraim, verachtet das Wasser zu Siloah, Jerusalem, das Stille geht und tröstet sich des Rezin, nämlich Syriens, und des Sohnes Remaljas, nämlich des Königs Ephraims, siehe, so wird der Herr über sie kommen lassen, starke und viele Wasser des Stromes, nämlich den König von Assyrien, und alle seine Herrlichkeit, dass sie über alle ihre Bäche fahren und über alle ihre Ufer gehen. Seid böse, ihr Völker, und gebt doch die Flucht. Hört's alle, die ihr in fernen Landen seid, rüstet euch und gebt doch die Flucht. Rüstet euch und gebt doch die Flucht. Beschließt einen Rat und es werde nichts daraus. Beredet euch und es bestehe nicht, denn hier ist Immanuel. Wenn aber der Immanuel, der wiedergeborene Überrest in Jerusalem ist, gehört auch die Beschreibung der politischen Situation in Jesaja 8, Vers 5 bis 10 in die Endzeit. Denn dann erst existieren erneut Damaskus, Syrien und Ephraim, Judah und Jerusalem und Assyrien und sogar Ägypten. Diese politische Struktur existierte bereits zur Zeit Jesajas und sie wird in der Endzeit wiederkommen. Auch Daniel beschreibt in allergrößter Ausführlichkeit in Kapitel 11 die Auseinandersetzung des Königs des Nordens mit dem König des Südens. Zunächst beschreibt er die politische Situation in der Antike. Aber in den letzten Versen von Kapitel 11 springt er in die Endzeit und zeichnet auch für diese Zeit eine Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Königen. Das ist ein weiterer wichtiger Hinweis dafür, dass nicht allein Syrien, sondern auch Ägypten in der Endzeit eine Rolle spielen wird. Auch das Standbild in Daniel 2 hat zwei Füße und Daniel sagt, dass zur Zeit dieser beiden Könige ein Stein vom Himmel herabgerissen wird, der das Standbild an seine Füße schlägt. Wenn also Christus wiederkommt, werden erneut diese beiden Königreiche da sein. Auch dies ist ein deutlicher Hinweis dafür, dass zum Zeitpunkt der Wiederkunft Christi nicht nur ein neues Seleukidenreich herrscht, sondern auch Ägypten wieder da sein wird und seine Rolle hat. Die Abläufe in der 70. Jahrwoche sind komplex, weil sehr dynamisch, aber sie sind nicht neu. Kapitel 21.2.2 Assyrien in der Offenbarung Wenn die Offenbarung von den letzten Dingen handelt, müsste Assyrien dort erwähnt werden. Denn Jesaja kündigt Assyrien für die Endzeit an. Wörtlich ist Assyrien in der Offenbarung zwar nicht zu finden, aber es gibt einen anderen Begriff, der auf Assyrien beziehungsweise auf das Zweistromland hinweist, und das ist der Euphrat. Offenbarung 9, Vers 13 Und der sechste Engel posaunte, und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott, die sprachen zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, löse die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Wasserstrom Euphrat. Und Offenbarung 16, Vers 12 Und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Wasserstrom Euphrat, und das Wasser vertrocknete, auf das bereitet würde der Weg den Königen vom Aufgang der Sonne. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister gehen gleich den Fröschen. Denn es sind Geister der Teufel, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen auf dem ganzen Kreis der Welt, sie zu versammeln in den Streit auf jenen Tag Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und hält seine Kleider, dass er nicht bloß wandle und man nicht seine Schande sehe. Und er hat sie versammelt an einen Ort, der da heißt auf Hebräisch Hamageddon. Assyrien ist also tatsächlich in der Offenbarung erwähnt, allerdings nicht mit seinem offiziellen Namen, sondern durch einen Verweis auf seine geografische Lage am Euphrat. Denn Johannes meint nicht das antike Assyrien, sondern ein in der Endzeit neu entstehendes Reich, das im Zweistromland liegen wird. Denn auch das antike Assyrien wird in der Endzeit als ein neoassyrisches Reich erneut entstehen und zu einer neuen, politisch-militärischen Großmacht im Nahen Osten heranwachsen. Dieses Neo-Assyrien wird daher in den Posaunengerichten und in den Schalengerichten als die Könige vom Osten beziehungsweise vom Euphrat nur umschrieben. Später werden wir sehen, dass die Posaunengerichte von der Geschichte Israels im Ganzen berichten, während die Schalengerichte speziell von der Zeit Israels in der 70. Jahrwoche handeln. Die sechste Posaune und die sechste Schale handeln beide von derselben Zeit, nämlich von der Zeit, in der sich Neo-Assyrien aufmacht, um nach Süden zu ziehen und dort Neo-Syrien, Neo-Ephraim, Neo-Juda und Jerusalem für sich zu erobern. Wir werden gleich noch genauer verstehen, wie der sehr dynamische, geopolitische Ablauf in der Endzeit vonstatten geht. Kapitel 21.2.3 Ägypten Ägypten kommt im Neuen Testament 22 Mal vor, im Matthäusevangelium viermal, in der Apostelschichte zwölfmal, im Hebräerbrief viermal, im Judasbrief einmal und in der Offenbarung einmal. Von den 22 im Neuen Testament erwähnten Versen, die Ägypten enthalten, handeln 21 von Ägypten als geografischer Verortung, entweder aufgrund der Geschichte Israels oder aufgrund der Herkunft der zu Pfingsten in Jerusalem Anwesenden. Offenbarung 11 ist die einzige Stelle im Neuen Testament, die Ägypten in geistlicher und oder prophetischer Hinsicht meint, wenn dort die Stadt Jerusalem geistlich als Sodom und Ägypten beschrieben wird. Offenbarung 11 ab Vers 3 Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie Weissagen 1260 Tage angetan mit Säcken. Und wenn sie ihr Zeugnis geendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen einen Streit halten und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf der Gasse der großen Stadt, die da heißt geistlich Sodom und Ägypten, da auch ihr Herr gekreuzigt ist. Aber was hat Jerusalem mit Ägypten zu tun? Wir werden später sehen, dass Jerusalem in der Endzeit von Ägypten erobert werden wird. Dieses Ereignis wird in Offenbarung 11 angedeutet. Dass Ägypten bzw. der König des Südens, also Ägypten, sich in der Endzeit noch einmal mit dem König des Nordens, also mit Syrien, anlegen wird, sagt auch Daniel in Kapitel 11. Denn dort steht in Vers 40, dass sich am Ende der Königigen Süden mit dem Königigen Norden messen wird und dass der Königigen Norden gegen ihn stürmen wird. Und am Ende wird sich der Königigen Süden mit ihm messen und der Königigen Norden wird gegen ihn stürmen mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen. Die endzeitliche Eskalation geht also offensichtlich von Ägypten aus. Ägypten, der König des Südens, beginnt mit der Provokation des Königs des Nordens. Das Ziel des Königs des Südens wird Jerusalem sein. Er wird die Stadt erobern und vom Antichristen und dem falschen Propheten abtrünnig machen. Warum das so ist, schauen wir uns gleich noch genauer an. Daraufhin wird der Antichrist, der König gegen Norden, nach Jerusalem ziehen und den König des Südens aus der Stadt vertreiben. Aber damit nicht genug. Er verfolgt ihn bis nach Ägypten und erobert Ägypten, Libyen und Kusch. Dem Antichristen aus Damaskus, dem endzeitlichen Antiochus Epiphanes, wird somit in der Endzeit das gelingen, was dem historischen Antiochus Epiphanes versagt blieb. Er wird in der Endzeit Ägypten erobern. Daniel 11, Abwehr 36 Und der König, also der endzeitliche Antiochus, der Antichrist, wird tun, was er will. Und er wird sich aufheben und aufwerfen, wieder alles, was Gott ist, und wieder den Gott aller Götter wird er gräulich reden. Und es wird ihm gelingen, bis der Zorn aus sei, denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Und am Ende wird sich der König gegen Mittag, also Ägypten, mit ihm, dem Antichristen, messen. Und der König gegen Mitternacht, der Antichrist, wird gegen ihn Ägypten stürmen, mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen und wird in die Länder, also Ägypten, Libyen und Äthiopien fallen und verderben und durchziehen. Und wird in das Werte Land, also Israel und Judah fallen und viele werden umkommen. Und er wird seine Hand ausstrecken nach den Ländern und Ägypten wird ihm nicht entrinnen, sondern er wird herrschen über die goldenen und silbernen Schätze und über alle Kleinode Ägyptens, Libyer und Mooren, also Äthiopien, werden in seinem Zuge sein. Die Auseinandersetzung scheint also der König des Südens zu beginnen, denn Daniel sagt in Vers 40, und am Ende wird sich der König gegen Süden mit ihm messen und der König gegen Norden wird gegen ihn, den König gegen Süden, stürmen mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen. Der König des Nordens, der Antichrist aus Damaskus bzw. der endzeitliche Antiochus, wird also tun, was er will, denn es muss geschehen, was beschlossen ist, nämlich das, was im Alten Testament bereits vielfach vorhergesagt wurde, wie wir oben bereits festgestellt haben. Am Ende, nämlich in der 70. Jahrwoche, wird es also eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Syrien und Ägypten geben, die sich an und in Jerusalem entzündet. Diese Schlacht wird der Antichrist aus Damaskus für sich entscheiden. Er wird Ägypten, Libyen und Kusch erobern, so sagt Daniel. Aber auf seinem Siegeszug in Nordafrika hört der Antichrist Gerüchte und zieht wieder nach Norden. Daniel 11, Vers 44 Es wird ihn, den Antichristen, aber ein Geschrei, nämlich die Nachricht, dass die Könige vom Euphrat nach Süden vorrücken und im Norden in das Reich des Antichristen einfallen, erschrecken von Morgen, also vom Euphrat, und Mitternacht, also aus Syrien. Und er wird mit großem Grimm ausziehen, willens viele zu vertilgen und zu verderben. Was ist passiert? Im Norden ist das Neo-Assyrische Reich nach Syrien eingefallen, hat Damaskus zerstört und Ephraim besiegt. Das ist in unbedingter Übereinstimmung mit den Texten aus Jesaja 7, Jesaja 8 und Jesaja 17, in denen ebenfalls Syrien und Ägypten erwähnt werden. Jesaja 7, Vers 18 Damit haben wir eine deutliche Parallele zwischen den Aussagen der Texte in Jesaja 7 und 8, in Jesaja 17 und Daniel 11 ziehen können. In der Endzeit, wenn Neo-Assyrien vom Euphrat aus nach Süden ziehen und Syrien erobern wird, wird Damaskus zu einem Steinhaufen werden, die Feste Ephraims wird nichts mehr sein. Aber das alles kommt erst gegen Ende der 70. Jahrwoche, vorher nicht. Denn prophetische Aussagen zu den Geschicken der Völker der Welt, insbesondere derer im Nahen Osten, macht die Bibel erst wieder für die letzte 70. Jahrwoche. Der 40 2 Jahrwochen Jahrwoche, Jahrwoche, 2 Jahrwoche, 2 Jahrwoche, 3 Jahrwochen 5 Jahrwoche, 5 Jahrwochen Vielen Dank.